Hey, hey, Hanni und Leute und willkommen hier zu dem Best-of von Ballezockt, zu dem Titan-Projekt. Ich habe das bei Basti gesehen und zwar ist das Best-of von Romax HD erstellt worden. Ich habe das bei Basti gesehen und habe gesagt, ja hier, so sieht es aus, einfach gedownloadet jetzt und lade das hier auch hoch. Wenn man das an Romax dagegen hat, auch an Romax erstmal danke, wenn du das siehst. Richtig cooles Best-of und ja Leute, hier im Anschluss noch unten in der Videobeschreibung ist der Link zu dem Modpack. Ihr könnt euch das downloaden und könnt euch selber dann irgendwie mit dem Titan-Modpack befassen und es zocken und eure eigenen kleinen Projekte draus machen. Also viel Spaß mit dem Titan-Modpack. Ich hoffe, ihr habt damit genauso viel Spaß wie mit den Folgen, die wir euch gebracht haben. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Best-of und wie gesagt, schaut unten einfach in die Videobeschreibung rein. Dort ist der Link zu dem Modpack. Macht's gut, auf Wiedergeschauen. Hey, hohe Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Titan, dem PvP-Projekt mit mir Basti zorgt und dem guten alten Kalle. Ja, das ist Battle. Äh, das sind... Wenik, okay. Wenik, okay. Anyart ist tot. Oh Gott, oh Gott. Ja, wir machen erst noch die Pussy-Taktik. Pussy-Taktik. Oh ja, hier ist Eisen, glaube ich. Jawohl, perfekt. Gut, Kalle. Ja, ich habe einen Minenschacht gefunden. Protection 3. Ich habe eine Lore mit zwei Dias gefunden. Es wäre jetzt so cool, wenn wir das Titan-Rohr finden würden. Ich glaube, ich würde ein bisschen schreien und mich freuen. Oh, da ist ein Titan-Or! Jawohl! Ja! 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 Ein Titan-Or! Oh, da ist Titan! 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 Ja, 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 ja. Wir brauchen Obsidian, Titan-Prisse und nennt Diamanten für Titan-Pakter. Ja, okay, ich hab meinen Titan-Spot hab ich. Jetzt crafte ich mir die Titan-Chessplay. Hä? Willst du mich verarschen? Willst du mich komplett verarschen? Was hab ich getan? Was hab ich gerade getan? Ey, ich schwör, ich spiel nicht mehr mit. Fuck, man. Oh, da war jemand. Verdammt, ich durfte gar nicht connecten. Ich kann doch jetzt nicht sterben. Okay, ich komm für eine Minute nochmal drauf, so. Wow, holy shit, 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 holy shit. Oh, man, hier ist die World Border. Kacke, 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 kacke. Ich bin jetzt so oder so tot. Ich bin so oder so tot! Ihr scheiß Penner! Ich hasse euch! Nein, ich hasse euch nicht. Oh, Gott, oh, Gott. So, es wird nicht mehr lange dauern, dann werden Jupe und Vini auch hinterher. Oh, Gott. Wir bauen das ab, wir werden jetzt nichts mehr enchanten. Ähm, weil... Warte, die Ofenkartoffeln, die braten. Warte mal, warte mal, warte mal. Wenig Crump. Oh, sie joinen! Nein! Komm, komm, ich baue dich an. In so Projekten will ich nicht YOLO machen, weil ich nicht will, dass ich zuerst rausfliege, weil sonst ist das Projekt sinnlos, sag ich mal. Oh, nein, du wurdest von VaniCraft aus dem Team Grün umgebracht! Hm? Deswegen Fiffi. Achso, du hast Fiffi gesagt, ich hab Fehlfick verstanden. What the shit? Ja! Ja! Oh, oh, oh Kalle! Oh, küsse mich! Mwah! Ich weiß, ich kann nicht genauer. Mwah! 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 Das ist das Beste, was mir je passiert ist... Seher hat es! Es tut so gut! Es... das es nicht gibt! Oder wie auch immer. Ja! Ja! Wo sind die? Ja, genau deswegen sag ich ja.